Es bedarf aktuell eigentlich nur noch einer kleinen Änderung und das Gesetz würde in Sachen privater Eigenanbau tatsächlich sowas wie Sinn machen. Doch rekapitulieren wir erstmal kurz. Den ersten Entwurf vom 28.04. fand ich persönlich noch am besten. Laut dem durfte man zwar nur drei Pflanzen pro Jahr anbauen, konnte aufgrund dieses Zusatzes unter erlaubter Besitz theoretisch aber so viel aus einer Pflanze rausholen wie möglich. Wäre meiner Meinung nach Hammer gewesen, war aber irgendwie klar, dass das nicht so bleibt. Der nächste Entwurf vom 05.07. sorgte für den erwarteten Dämpfer. Zwar durfte man nun ständig drei Pflanzen angebaut haben, Privatanbauer waren aber nicht mehr von der Besitzgrenze von 25 Gramm ausgenommen. Und die vermutlich studierten Köpfe, die mit den Texten beauftragt sind, hatten irgendwo hinten im Text noch Folgendes eingefügt. So gilt die ungeerntete Cannabis-Pflanze gleichwohl als Cannabis im Sinne des Gesetzes. Übersetzung. Man dürfte genau genommen nicht mal wirklich einen kurz gewachsenen Steckling oder drei Wochen alten Sämling haben. Allein aufgrund des hohen Wassergehalts wiegt selbst eine junge Pflanze nämlich schnell mehr als 25 Gramm. War ebenfalls klar, dass das so nicht sein kann. Darüber haben wir uns alle auch ein wenig lustig gemacht. Die verfasserte Texte lassen sich zumindest belehren, was uns zum aktuellen Entwurf bringt. Der sieht nun immerhin und eindeutig vor, dass man sowohl 25 Gramm als auch drei lebende Pflanzen besitzen darf. So weit, so gut. Heißt nun aber leider im Umkehrschluss, dass sobald man die Pflanze abschneidet, also tötet, zählt diese gerade geschnittene Pflanze laut Begriffsbestimmungen bereits zum Cannabis, das man besitzt. Wiegt natürlich viel mehr als 25 Gramm und ist aufgrund § 3 Absatz 1 wieder hochgradig illegal. Der private Eigenanbau ist aufgrund dessen praktisch unmöglich, außer man würde irgendwie nacheinander einzelne kleine Zweige abschneiden und hintereinander trocknen, wodurch man aber das meiste seines Grases außerhalb des idealen Erntezeitpunkts schneiden würde. Blödsinn. Es gäbe für dieses Dilemma allerdings eine bzw. zwei wirklich einfache Lösungen. Erste Möglichkeit. Das, was man auf 25 Gramm begrenzen will, ist laut Begriffsbestimmungen ja eigentlich nicht Cannabis, sondern Marihuana. Die getrockneten Blüten und die blütennahen Blätter der Cannabispflanze. Würde man jetzt an allen Stellen, wo von Cannabis gesprochen, aber Marihuana gemeint wird, den Terminus ändern, wäre das Problem fast vollständig gelöst. Der Relevanteste § 3 könnte dann folgendermaßen aussehen. Zweite Möglichkeit, und die wäre nochmal einfacher und eindeutiger. Man ergänzt in § 1 Absatz 8 unter den Begriffsbestimmungen bei den Ausnahmen zu Cannabis in etwa folgendes. Maximal 100 Gramm sich in Trocknung befindender Blüten und blütennahe Blätter im Rahmen des privaten Eigenanbaus im Sinne von § 9. 100 Gramm deshalb, weil der Unterschied zwischen Nass- und Trockengewicht um den Faktor 3 bis 5 variiert, auch abhängig von der Sorte. Also 100 Gramm Nass reduziert sich auf Minimum 20, im Schnitt 25 Gramm Trocken. Es liegt dann natürlich am Grower, die Zahlen nicht zur Gänze auszureizen und eben keine Übertretungen zu riskieren. Das Gesetz ermögliche so aber immerhin relevanten Spielraum. Damit wäre das Problem mit der nicht mehr lebenden, aber auch noch nicht konsumbereiten Cannabispflanze weitgehend gelöst. Er würde in der Praxis beim Eigenanbau in beiden Fällen bedeuten. Alles, was noch kein konsumfertiges Gras ist, fällt nicht unter die laut § 3 Absatz 1 erlaubte Höchstmenge. Erst die fertig getrockneten Blüten- und blütennahen Blätter wären sowohl Cannabis als auch Marihuana und dürfen dann final eben nicht mehr als 25 Gramm ausmachen. Ungetrocknete Blüten- und blütennahe Blätter dürften, laut unserer Möglichkeit 2, rübergehend bis zu maximal 100 Gramm ausmachen. Auf die Art könnte man sich einigermaßen sicher und auch ausreichend selbst versorgen. Nämlich ziemlich genau, wie ich es bereits vor inzwischen 6 Wochen in einem Video erörtert habe. Mit 3 Pflanzen, die man in einem Abstand von 3 Wochen kultiviert und erntet. Dann hätte man eben die 25 Gramm Höchstgrenze an Marihuana alle 3 Wochen zur Verfügung. Also mehr als 1 Gramm pro Tag. Das ist wie schon gesagt nicht wahnsinnig viel und sicher nicht für alle befriedigend, aber definitiv besser als nichts. Ich gebe euch das Video mit der detaillierten Erklärung für so einen Kreislauf hier als Infokarte rein und nochmal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr nun übrigens auch einen Link zu einem kostenlosen E-Book, das ich für euch verfasst habe. Mit 7 Tipps zur sicheren und ertragreichen Selbstversorgung. Hab da einiges an Mühe reingesteckt. Trau mich sagen, das lohnt sich. Ein Daumen würde dem Video hier auf die Sprünge helfen. Dankeschön. Ich hoffe natürlich, ich mache demnächst ein Update-Video, in dem es dann heißt, die 25 Gramm Grenze ist für privaten Anbau aufgehoben. Das wünsche ich euch wirklich. Eine kleine Änderung in Sachen privater Anbau vom letzten auf diesen Entwurf wäre noch zu erwähnen, nämlich aus dem § 9. Weitergabe an Dritte ist nun absolut tabu. Bisher dürfte man mit Besuch noch gemeinsam was vom selbstangebauten Gras rauchen. Allerdings, wer will denn kontrollieren, ob das Gras im gerade gerauchten Joint oder Vaporizer nicht selbst mitgebracht wurde? Gut, man könnte das Gras, das beide Personen bei sich haben, untersuchen und feststellen, ob es das gleiche ist. Wäre möglich, aber mal sehen. Nun Leute, das wäre es für heute dann auch. Ihr wisst ja, eure Meinungen, Kenntnisse, Bedenken sind wie immer herzlich erwünscht. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.